halli hallo hallo und herzlich willkommen sexes und ich hoffe das ganze auch irgendwie familien adäquat die hoffen stück ja bekanntlicherweise zuletzt so du darfst das hier mal bitte mal aufräumen nur der ordnung halber ins land glaube ich wirklich mal alle hier war aber dann hier 123456 irgendjemand fehlt hier naja irgendjemand fehlt aber irgendjemand fehlt immer bei so einer großen familie weil die familie ist ja doch mittlerweile richtig groß und weil sie so groß ist da kommt noch einer ist es eigentlich unmöglich wirklich alle mal auf einen haufen zu haben obwohl jetzt sieht es echt gut aus warte mal wie viel sind wir denn 412 348 leute 1234567 irgendjemand fehlt noch mal gucken wer könnte denn hier fehlen er ist da maya müller ist da er ist dort alantania ist da ach wer hat sich dahinter versteckt da guck mal 1234567 es sind doch alle da es sind mal alle da war jetzt will ich mal den moment mal nutzen aber nicht so war die falsche taste so will ich mal den moment nutzen um mal zu gucken ob wir mal eine schöne familienaufnahme haben tatsächlich so es sind wirklich mal alle drauf ist ja wahnsinn eine situation wo wirklich mal alle in diesem bereich sich hier vorne aufhalten das ist das ist ja nun wirklich nicht gerade oft dass das so ist das ist schon eher selten wenn das man ja mal von der anderen seite die szenerie angucken vielleicht kriegen wir so noch ein paar andere optischen optiken rauf okay so da können wir sogar theoretischerweise auch noch mal ein bisschen tiefer wird alantania versteckt so gut was wollte ich nachschauen ich wollte nach die bedürfnissen von ihr schauen ähm sie ist glücklich sie hat den bauch gefüllt das heißt dass sie damit erstmal aufhört dann kann sie das hier mal bitte mal aufräumen und wenn sie das gemacht hat geht es mal hier auf die toilette einmal bitte die toilette verwenden dann darf sie einmal hände waschen hände waschen zähne putzen und dann darfst du noch hier noch mal ein bisschen unterhalten oder so müssen wir mal gucken oder tanzen tanzen wäre auch eine schöne sache ach die hören gerade auf das ist sehr schön gut also dann darf sie definitiv auch tanzen wo ist sie? ah da jady muss in ca. einer stunde bei der arbeit sein sehr schön für jady darf er machen apropos meldungen wir werden mal die meldungen alle töten so damit wir nicht dauernd eine fehlermeldung kriegen ähm ja scruffy warte mal äh du darfst das hier mal expertenmäßig reparieren das könnte nicht wahr sein wieso geht hier alles kaputt ich weiß es nicht warum hier alles kaputt geht ich weiß es wirklich nicht so das darfst du bitte mal aufwischen dann darfst du das hier wegwerfen und dann darfst du hände waschen und zähne putzen alter falter ja ist natürlich klar dass du dich jetzt unwohl fühlst weil jetzt da auch alles sehr dreckig ist aber ähm ich kann das jetzt auch nicht ändern ne also warum hier alles kaputt geht ich weiß es nicht also es muss wohl so sein oder so keine ahnung schlechtes karma oder prallung aus dem weltraum oder ähm wie auch immer also ich weiß es nicht das muss so ja boah toll dass der charakter sich im spiegel blickt äh spiegelt äh spiegelt er spiegelt sich im spiegel so allein losschicken jady ist groß genug boah was willst du denn machen zuflucht spielen ok kannst du auch machen rückzahlung erhalten äh deine sims erhalten eine rabattmarke in höhe von 0 simulium sparsam gib deinen äh haushalt 10 prozent rabatt auf einkäufe im baumodus aha es geht ins labor um zuflucht zu spielen ein tolles spiel ha gucken wir uns das mal an kann man ja wirklich mal so ein bisschen nur rangehen aha die zuflucht das sieht aber nicht mehr nach zuflucht aus was macht es denn jetzt der forum provozieren uuuuuh aha hehehe hehehe ja ja die typische forum provokation aha ist doch forum provozieren oder tatsächlich das macht sie unheimlich gerne das macht sie unheimlich gerne und keiner weiß warum in acht minuten geht es aber mit den ernst des lebens los junge dame da kannst du machen was du willst ja ja noch hast du spaß gut wir machen natürlich damit mitmachen dann habt ihr eine gitarre eine geige oder das klavier um das leben deines sims durch musik zu bereichern ja das macht die kleine nadja sehr gerne ja mit der emotion hatten wir schon gehabt aber die soll uns jetzt nicht dann die emotion und die meldung können sie raus machen weil helloween ist ja bekanntlicherweise vorbei auch wenn die items noch drin sind ja geister sims können kürbisse auf den kopf tragen ei 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 das wird ja dann auch irgendwann mal passieren denke ich mal und unerwarteter besuch alarm aliens haben dieses hauptquartier infiltriert und wollen sich als sims durchschmuggeln sehr verdächtig halte nach hinausschau und sabotiere sabotierte aus ausschau ok das hatten wir noch nicht gehabt ich denke mal da können wir mal gucken was wir hier haben einen touristen umarmen einen touristen erschrecken außerhalb des labors ich finde ein sim außerhalb des labor und umarme ihn am chemielabor experimentieren wo haben wir hier außerhalb des labors tourist touristen das ist eine gute frage wir hatten ja schon mal welche gesehen da gab es auch bänke und so zeug da müssen wir mal gucken hier irgendwo aber ich sehe da noch keinen das bedeutet wir machen erstmal am chemielila labor experimentos gehen wir mal hier ran also experimentieren rock'n'roll christian bauer die kämmer naja gucken wir mal irgendwann werden die einkreffen schauen wir uns das mal an oh 27.000 semoyen muss ich bezahlen ne rechnung uiuiuiuiuiui dann ist und so kohle da geht die ganze kohle hin das ist natürlich nicht so schön wie schöne kohle hoppla was machst du da da schäumt sei nicht so überschäumt Was sind das für zwei Pappnasen? Oh, die hat das erste durch. Also, werden wir mal schauen. Rumbasteln. Rumbasteln, rumbasteln, rumbasteln. Auch das kriegen wir hin. Dann basteln sie mal bitte rum. Sie würde das unendlich weitermachen, toll. Soll sie aber nicht. Sie soll nämlich rumbasteln, damit sie ihren Job besser macht. Und? Okay, auch das hat sie. Eine Nachbarschaftsvernetzung starten. Hä? Was ist denn eine Nachbarschaftsvernetzung bitte? Schauen wir uns das mal an. Nee. Nicht das damit. Schreibern sitzen, Outfit ändern. Nö. Freundlich. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Oder wir haben jetzt doch wirklich schon jetzt die Viecher außen. Mal gucken. Hier ist kein Tourist gerade. Ich habe ja blöd. Da müssen die Touristen da jetzt sitzen. So, theoretischerweise. Hier sind auch keine. Spät ist eine 10 Uhr. Eigentlich müssen dort schon Touristen sitzen. So, theoretischerweise. Wie soll ich jetzt eine Nachbarschaftsvernetzung starten? Wähle im Nachbarschaftsverletzten an einer Satellitenschüssel. An einer Satellitenschüssel. Wer ist denn das hier? Freundlich vorstellen. Wer ist denn das? Das könnte so ein Tourist sein. Eine Satellitenschüssel. Können wir die direkterweise bauen? Oder muss ich die selber wieder bauen? Mal gucken. Das müssten alle Objekte sein, wa? Satellitenschüssel. Wo bist du? Ich habe das Gefühl, dass ich die komplett selber bauen muss. Das sind Hammeraufgaben dann. Das sieht nach selber bauen aus. Ja, ja, ja. Das sieht nach selber bauen aus. Da kann ich machen, was ich will. Das heißt, wir gehen mal kurz und gucken, ob wir die da draußen umarmen können oder erschrecken können oder sonst wie. Und dann gucken wir mal, was Sache ist. Hallo, junge Dame. Duck, Duck. So. Duck, Duck hat geklappt. Mehr Auswahl. Freundlich umarmen. Nee. Ratschen. Auch nicht. Machen wir mal kennenlernen. Berückter Plan. Sie scheint familienbewusst zu sein. Freundlich. Kompliment. Und, ähm, nee. Tratschen. Auch nicht. Hm. Wo könnte umarmen sein? Vielleicht nur umarmen. Da, Herr Rinnner? Anmarschspruch. Blüpfige Frage. Auch nicht. Unfug. Erschrecken geht. Okay, das hat geklappt. Dann sehen wir uns morgen wieder. Und dann gucken wir mal, dass wir den irgendwie umarmt kriegen. Ein absurdes Gerücht einen Touristen verbreiten. Ja, so was lustiges, Alf. Gut. In dem Sinne. Ciao, ciao. Bye, bye. Cheerio. асch Θ了. Untertitelung des ZDF, 2020